Welcome, welcome, YouTube. Wir melden uns mit einem neuen Video, denn es gibt was zu schauen. Eintracht Spandau hat den letzten Vlog von der Baller League vom Finale, vom Final Four gedroppt. Da war ich ja sehr viel Off-Cam unterwegs, von daher dachte ich mir, schauen wir uns das Ding gemeinsam an. Ich bin dafür live auf Twitch, falls ihr nächstes Mal dabei sein wollt, kommt gerne vorbei. Mir wurde schon gesteckt, dass da der ein oder andere lustige Akt, sag ich mal, auf der Kamera erwischt wurde. Von daher freuen wir uns drauf und schauen, was wird. Der größte Tag Spandaus bisher, tatsächlich auch bisher, weil die Jungs und Mädels alle gemeinsam den ersten Titel für Eintracht Spandau geholt haben. Einmal ein schönes W in den Chat für Eintracht Spandau, Freunde. Die haben wirklich einfach mal endlich diese Prime League gewonnen. Das ist ja schon ein crazy W für die Leute. Ich bin ja so null in dieser Bubble drin gewesen, aber es ist so lustig, wie auch alle, die, die wirklich Fußballer sind, straight up bei Eintracht Spandau gespielt haben oder so, wie die alle auch sich mies für Eintracht gefreut haben. Von daher, yes, lass uns reingehen in den Spaß. Wir sehen direkt Udo Lindenberg und den Präsidenten zum Start des Geschehens rein. Sag mal knapp auf die Eins, bitte. Knapp auf die Eins, ja. Knapp auf die Eins, ja. Oh Gott, oh Gott. Direkt mal zum Start, ja. Ich hab viel zu lange gebraucht, um zu checken, dass das nicht der echte Udo Lindenberg ist. Crazy Holz unterwegs gewesen. Und ich sag euch aber auch, warum. Okay? Direkt mal ein kleiner Realtalk zum Start von dem Video, weil wir Udo Lindenberg, Udo Felkenberg gesehen haben, ja. Wir haben uns am Bahnhof dann mit den Leuten von Eintracht getroffen. Und eigentlich war Mückenberg geplant für das Finale, dass er das singt. Das wäre ja crazy gewesen, aber der hatte irgendeine private Veranstaltung. Macher, scheiß auf 13.000 Leute Konzert. Ich mach Private Shit. Cool. Respectable. Feier ich sehr. Deswegen haben die Udo Felkenberg besorgt. Und mir haben sie aber erzählt, ey, das hat nicht geklappt, aber wir haben einfach mal eine übelste Legende bekommen und haben mich so hyped gemacht. Ja, also die haben mir das extra so verkauft, damit ich selber auch denke, dass es der echte ist. Das haben die durchgezogen schon wieder. Das machen die immer. Und ihr wisst ja, wie leichtgläubig ich bei sowas bin. Normal glaube ich denen, Digga. Was die für Stunts bis jetzt schon gezogen haben, warum sollten die nicht wirklich Udo Lindenberg klären können, Digga. Bei Henno und Team, you never know. Eins bis zehnmal den Udo Lindenberg bewerten. Mich interessiert ja immer, wie realistisch fand ihr ihn, wie gut fandet ihr den Bray? Also gerade jetzt so, wenn er so ihn nachmacht. Ich bin kein krasser Udo Lindenberg-Fan, dass ich das wissen könnte, aber vielleicht wisst ihr das. Für mich war es halt zu realistisch gefühlt. Vor allem dann in diesem Setup, aber das kommt ja später noch. Für Sie auch? Die können Sie sich auch ruhig nehmen. Okay, ich nehme hier mal sowas von den Asiaten. Was ist das? Lachstarter. Auch gut. Ja, Mikey, Mikey. Hallo. Schmeckt's? Wie war Ihr Urlaub? Wunderbar. Wo war der? In Budapest und Prag war ich letztens. Und? Er war ein guter Mann. So eine Pennergranate. G steht für Gürtchen. Pfirsich. Pflaume. White Peach. White Peach. Weißer Pfirsich. White Peach. Ja, Pflaume. Ja. Wer ist er? Splash. Knabe. Freut mich. Woher kommen Sie dann? Ich bin Kommentator aus der Türkei. Hat mich gefreut. Oh, shit. Ey, das war schon ein Character Break. Ihr gerade von Mr. Hand of Blood, Alter. Das war so funny shit, ne? Die haben das ja da gecuttet. Im nächsten Moment, ja, erkläre ich ihm, sage ich so, White Peach heißt auf Türkisch der weiße Bastard. Fand er mies lustig so. Auch in der Rolle noch. Wir sitzen danach, das ist der, also damit ihr checkt, wo wir sind, das ist so der, das war irgendwie, das hieß so irgendwie der MTV Club oder so. Und das war halt so dieser, diese Safe Area für alle Creator und so. Und dann saßen wir da, da waren alle drinnen tatsächlich, ne? Unsympathisch TV, Monte, Knossi und so weiter und so fort. Die saßen da auch alle drinnen. Wir saßen dann als Eintrauch-Truppe und dann kam Knossi rein. Knossi hat Hallo gesagt ein. Musste ich auch einmal kurz einen Real Talk aussprechen. Ne? Zum Beispiel auch unsympathisch, auch mies nett so. Hat immer so, ne, wenn man sieht, man ist so, hm, so, hm, auf den so. Und sehr sympathisch. Aber bei Knossi, der kam wirklich zu jedem einzelnen Eintracht-Arbeiter auch so. Also alle einfach und hat jeden eins in die Hand gegeben. War übelst positiv drauf. Hat gesagt so, ey, wir routen alle komplett für euch. War mies sympathisch auf jeden Fall. Und dann hat er kurz eine Story aufgenommen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Story von Knossi gesehen hat, weil ich glaube, Max hat die auch geteilt. Ich weiß es aber nicht genau. Ähm, Knossi kommt so und Max ist in der Rolle, trinkt so gerade diesen Gönner-G, also für die Story. Und dann sagt er so, dann filmt er ihn so und er macht so. Der weiße Bastard. Der weiße Bastard. Ey, Digga, ich hab mich so tot gelacht, Digga. Ich hab mich so kaputt gelacht. Er hat es auch direkt angewendet. Es war zu witzig, Alter. Ihr habt den gesehen, ne? Den kleinen, den kleinen Charakter-Break. Weil ich auch so random bin, so dumm. Weißt du, warum? Was mach ich überhaupt da so? Freut mich. Woher kommen Sie dann? Ich bin Kommentator aus der Türkei. Hat mich gefreut. Ja, aber das ist ja nur Show, was? Das ist ja nur Show. Das ist ja nichts Effektives. Das ist ja nichts Effektives. Das ist ja nur Show. Das ist ja nur Show. Das ist ja nur Show. Hey, da an dieser Stelle auch einmal ein fetter Shoutout, Digga. An alle Eintracht Spandau-Leute, die in diesem Moment an diesem verdammten Cage waren. Ja, Bro. Ohne Spaß jetzt. Da war bessere Stimmung als in jedem Leipzig-Spiel. So, ich sag's einfach mal so. Und das ist ohne zu lügen so, die haben richtig gebrettert, natürlich die Halle, alles drum und dran ist nicht so der Größe, aber es hat gescheppert, verdammt nochmal. So richtig laut hat jeder geschrien, es war so geil. So sind wir bereit, aber es stört mich ein bisschen hier vor den Las Ligas Ladies Arschlöchern. Direkt vor der Kurve, so eine Scheiße, da drüben sind die Eintracht Spannerholtras. Auch da ist so geile Stimmung gewesen. Shoutouts an die Leute, die da waren wirklich. Alle so sympathisch, for real. Ist natürlich auch, darf man nicht vergessen, für die Spieler, die haben hier zum Teil noch nie vor mehr als vielleicht 5000 Zuschauern gespielt, zum Teil. Und dann ist das natürlich für die ein riesiges Event. Ihr müsst überlegen, hunderttausende Zuschauer im Stream, keine Ahnung, also es sind ja teilweise 150k gewesen, die da im Stream waren. Also mit unserem Stream und Border League, also checkt man natürlich, dass es für die echt riesig ist. Sehr, sehr, sehr trotzdem sweet, die Leute, die haben wirklich alles gegeben auf jeden Fall. Ich bin ready. Zweimal gewinnen? Ja, Mann. Feiern. Das ist Matchplan. Justus auch Maschine. Ihr müsst kurz, fünf Minuten raus. Gestern war aber ein Tag vor dem Moment, dem absoluten Bankrott bei der Eintracht Spandau. Aber ich habe angerufen bei einem Sponsor, Vodafone. Sehr gut. Einmal angerufen, nach drei Minuten hatte ich Vertrag. Und jetzt, ja, Gigakombi Eintracht und Vodafone. Und jetzt habe ich verkündet, Vodafone, neuer Hauptsponsor von Eintracht Spandau. Also es ist wirklich überragend gewesen. Sag mal, spinnen Sie total? Nee, also ich habe gerade mal die Papiere gecheckt. Sie haben kein Sponsoring abgeschlossen, Sie haben eine Gigakombi fürs Vereinshaus vereinbart. Ja, ein Vertrag. Nee, Sie haben bei der Tarifvertreter angerufen, wo man Internet- und Handyverträge vereinbart. Verstehen Sie das? Kein Sponsoring. Sie dürfen das auch nicht sagen. Verklagen. Unglaublich, unglaublich. Wir haben die letzten zwei Wochen ein bisschen zurückgeschaltet, um heute richtig hochschalten zu können. Es gibt nur eins. Platz eins für die Eins. Allein zu wissen, da oben sind so viele Spandau-Fans und schreien irgendwie, da ist dein Name oder einfach die Hürden, was auch immer. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ich muss gar kein Mutti wählen, jeder ist immer quät. Das geht auch so völlig. Ritchy, der ist anders da, der kennt schon diese Kulisse und sowas, aber er hat auch gesagt, das ist Wahnsinn hier. Ich freue mich mega, man ist richtig heiß. Man darf nicht überpacen, man darf nicht zu viel wollen. Einfach genießen, vor Freude, keine Aufregung und es kommt, wie es kommt. Eine random Frage, hast du zu mir, ich habe das Prezi-Outfit gesehen heutzutage? Also, überragend, überragend. Ich weiß nicht, ob es das zu kaufen gibt. Hätte ich noch nicht geheiratet, hätte ich in diesem Anzug geheiratet. Prezi ist da. Prezi ist da, wenn wir uns was sagen. Ich bin jetzt auf und ab. Die ganze Saison in den starken Wesen. Wenn wer ausgefallen ist in den Ultra-Block, weiter zuvor, all wenn wieder da. Viele Comeback-Leute, die auf dem Weg dazu geschlossen sind. Gemeinsam heute als Mannschaft, Lodeo. Keine Eins-Leistung. Gemeinsam heute als Mannschaft. Jeder, der raus. Und haut den auf den Ras. Natürlich nicht wirklich in die Fresse, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr haut den auf die Fresse! Gänsehaut. Aber fußballerisch. So. Ihr wisst, wenn Prezi da ist, fallen viele Tore und wir gewinnen. Also, Jungs, komm! Auf geht's! Komm! Komm! Von so einer Kulisse mit dem Eintracht-Spandau-Block da oben. Die haben wir eben schon, wir haben eine Freundschaft mit Kalsche Berlin, haben die schon richtig Stimmung gemacht. Ist natürlich eine mega gute Atmo und eine tolle, ja, Arena, wo man hier jetzt ordentlich bolzen kann. Ah, Arena! Die geile Fans. Die total geile Fans. Das sind meine Fans. Oh, sie sind meine Fans. Ich muss auch dazu sagen, war sehr funny. Während des Kaltshow-Spiels war ich kurz bei Join oder ProSiebenMax, ich glaube, die haben das ja auch übertragen, und habe das Spiel kommentiert und ich war auch da so parteiisch, Digga. So funny, Alter. Für Kaltshow übertrieben gewesen. Und natürlich darauf gehofft, dass Eintracht-Spandau danach zieht, aber ist leider nicht passiert. Und wir beginnen mit Eintracht-Spandau, mit der Nummer 1 im Tor, Bleron Berisha, Andreas Volk, Artur Gajagbulut, Richi Suku Tapasu, Zonga Aziz, Luki Matondo, Georg Skrief, Alvin Weber, Yannick Zierden, Marco Donato-Cirillo, Emre Yesilova, Hans Sam... Voll funny gewesen auch, Emre Yesilova heißt er, ihr wisst ja, wie ich die türkischen Namen immer so übertrieben ausspreche, wenn wir Eintracht spielen. Er hat mir so Memo geschickt, er war so, Bruder, du bist der Einzige, der das schafft, richtig auszusprechen. Hat er sich befreut. Was ist eigentlich da los bei Eintracht-Spandau? Ja, es ist wieder Knabemals erhältlich. 100.000 Dosen pro Woche, auch bald bei Edeka. Aber Sie können doch nicht mit dem Auto hier reinfahren mit dem Mustang. Ich mach, was ich will, das ist mein Privatfahrzeug. So, und der Udo singt gleich. Freuen Sie Ihr Mikro wieder? Ja, gerne. Ja, ich bin mal so lieb. Sehr freundlich. Danke schön. Danke, danke. Vielen Dank. Vor allem beim rausfahren, ihr wisst gar nicht, wie eng diese Lücke war, wo dieses Auto durch musste, Digga. Es war wirklich kurz davor, dieses Auto komplett zu ripen. Der größte aller Spandauer Momente. Bis jetzt. Bis jetzt. Oh, das ist einfach real. Das war Simulation, Alter. Wir haben einfach wirklich... Udo Linden, das ist einfach ein Spandau-Song. Ich dachte wirklich... Ich hab's nicht gespielt. Ich hab's nicht gespielt, ehrlich gesagt. so immer Ojihabe aus der Plans washingier, wo das so actually trug auf dem Sargene spiel auf dem Blasband. Wo die Citadenne rockt und die Einstab uns lockt. da ist Spandau, da sind wir Spandau, 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 wie liebend wir. Rock'n'Roll, Baby! Hey, Udo, mit den Bank, einfach mit der Eintracht Spandau. Oh, war das Arsch. Platz, Sturm. Die Szene aus Eintracht Spandau. Die Szene aus Eintracht Spandau. Sturm. 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 Sag mal, ging das nur mir so oder haben die den scheiß Lappen nicht runterfallen lassen? Also wenn man nicht alles selber macht, oder? Herr Gott, haben die den Lappen nicht runterfallen lassen? Dafür mach ich dicht weit verantwortlich. Oder den. Oder den. Naja. Hat dir gehakt, wa? Alright, meine Damen und Herren, wir gehen Richtung Spiel. Jetzt ist es Zeit für ein anderes Spiel. Ein anderes Tag. Ein anderes Matchup. Da war ein bisschen zu viel Feuer drin, Digga. Wir haben einen Anschluss in Düsseldorf, meine Damen und Herren. Dschie, Dschie, Dschie! Dschie, Dschie! Dschie, Dschie, Dschie! Hey, Jod, Jod, Jod! Tschie, Jod! what the hell was hat er mit ihm gemacht digga er schießt danach er schießt einem fast aus dem leben das war durch eingefügt aber trotzdem auch stark parade auch muss man auch mal sagen war auch eine starke parade ihr seht ihr seht auch wie so dass ich an mich anpasst er vergisst auf einmal artikel er macht so auch stark parade auch stark parade auf stark parade dicker ja so nahm wurde das ist muss man auch mal sagen war auch eine starke parade schön der andy tiger gegendet das war ja wirklich da kann man aber zwei ja da haben die zwei Verhinderung einer klaren Borschung, das war so deutlich, also alles andere wäre auch quatsch hier, also alles andere quatsch hier ist durch und guck ihn dir an, das Trikot gibts zu kaufen, aber es kommt nicht an, die Las Ligas Lutscher stehen 5-1 im Halbfinale, deswegen scheiße Spandau-Olé, während sie mit wehenden Fahnen untergehen und jetzt haben die nichts besseres zu tun als Streets United anzufeuern, weil die selber auch keine Fanbase haben, Peinlich Oh ja Zieh, 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 zieh Ey! Roll die Nase Zieh, 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 zieh Ey! Das hast du gar nicht gecheckt, Alter Roll die Nase Die Choreo war auch so lustig, so stark Und Spandau War gut Kann man jetzt sagen, trifft er perfekt Oh, das war so geil Dann noch mal zurück, sorry Wuppa Jaaaah Unser Ziel Unser Ziel Matzondo Aaaaaah Okay, der von Sascha Bigalke Wo der da reingeht, tamam, aber was ist jetzt hier dieser Grund zum Schreien? Was ist der Grund zum Schreien? Matzondo Einmal zu viel für dich Ey, nimm ihn raus Ey, nimm ihn raus Ja, aber die drei davor waren nix Boah, schöner Pass Mann, das war der Neckbreaker, Alter Das war das für ein crazy Tor von Schieber Schieber einfach so Olivier Giroud von der Border League Er kann nur schöne Punkte Komm, komm, nochmal träumen Das ist geklärt Guck mal, da haben wir ge... Ja, aber wo die reingehen, einfach mal für die Herzen Jaaaah Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Hier ist doch alles drin Hier ist doch alles drin Ihr müsst was probieren Ihr müsst was probieren Ihr müsst was probieren 14 Sekunden Keiner will den Ball Das war's Das war's Das ist nicht genug Das ist nicht genug Schade Zwei 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 Jaa Haben nichts hinbekommen leider, richtig Besorger Zwei 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 Wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Ja, also alles drumrum war mega geil, also was Eintracht auch wieder gemacht hat. Die Show, die man hingelegt hat, alles drum und dran, das war wie immer topnotch. Aber leider die spielerische Leistung, da muss man sagen, da haben wir schon verdient verloren. Natürlich, ich hätte auch komplett gefeiert, wenn wir es unglücklich gewonnen hätten. So wäre mir komplett egal gewesen, sage ich ehrlich. Aber leider ist das nicht der Fall, von daher, tough one. Aber müssen wir so schlucken. Ich fang mal der drehende Knabe an, Eintracht Spandau. Ich glaube, wir haben alle mit stolzem Trikot getragen und waren überglücklich, überhaupt in dem Team dabei sein zu dürfen. Dann natürlich auch dir, Hans. Wir haben vorhin in der Kabine, haben wir es nicht angesprochen, wollten jetzt machen. Sorry, wenn wir dich enttäuscht haben, wenn wir Eintracht Spandau enttäuscht haben. Aber ich glaube, wir wollten es auch, wenn wir es nicht auf den Platz gebracht haben, heute. Und vielen Dank dafür, dass du auch für Woche an der Seite stehst und auch immer zur Seite standest. Genau wie Justus, ich glaube, der ist gerade nicht da. Der ist auch, glaube ich, am meisten enttäuscht. Der fährt immer sieben, acht Stunden. Ich spreche für die Mannschaft, wenn ich einfach nur einen großen Dank an euch aussprechen darf. Und ja, vielen Dank, dass wir auch dabei sein durften. Es war, also ich habe gar kein Wort zweifel überragend, auch wenn es jetzt so gelaufen ist, wie es ist. Und ja, danke von der Mannschaft an euch alle auf jeden Fall. Kurz bevor, das war auch unser Team hinter dem Team. An alle, die die ganzen Choreos organisiert haben, an Kamerateams, an Julius oder an unseren Julius-Turm. Männer, ich glaube, das war was, was für manche einmalig ist, was für manche das erste Mal vorbekommen ist. Ich glaube, an euch vielen Dank. Ihr könnt richtig stolz auf euch sein. Weil heute war ein besonderer Tag, ein besonderes Match. Ist nicht das Gleiche auf dem Platz, kann ich voll nachvollziehen. Und man beißt sich in den Arsch, weil gerade heute will man ja gewinnen, kann ich voll nachvollziehen. Aber ihr habt eine geile Saison gehabt. Ihr habt geile Erfahrungen gesammelt. Und das Match heute, nehmt es mit als Erfahrung fürs Leben. Nächstes Mal, wenn ihr so eine Erfahrung vielleicht mal habt, seid da reifer, habt ihr Erfahrungen gemacht. Und könnt dann den Tag vielleicht glücklicher abschließen. Aber heute soll es nicht gewesen sein. Ich würde es jetzt nicht nur am Schiri abhängig machen. Ich weiß, man ist frustriert und man kanalisiert das dann. Und ich bin auch enttäuscht, aber ey, am Ende des Tages, schaut auf die letzten vier Monate zurück, wie geil die Zeit war. Und habt das in Erinnerung. Und nicht jetzt den einen Moment. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja, das war der größte Tag Spandaus. Bisher kann ich alles, was Max, was die Spieler gesagt haben, natürlich auch nur so zurückgeben. War ein unglaublich, unglaublich cooles Erlebnis für mich auch. Ich bin extrem dankbar, Teil dieser ganzen Sache gewesen zu sein. Und schauen wir, was da in Zukunft noch kommt, wie es weitergeht mit der Baller League. Da kiepe ich euch natürlich updated, was auch meinen Status betrifft in der nächsten Saison. Da gibt es noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Aber ich habe trotzdem wirklich eine grandiose Zeit gehabt. Diese 12 Wochen, 13 Wochen, bap. Gestartet, vorbei. So kam mir das auf jeden Fall vor. Von daher kuss an alle, die mitgewirkt haben. Es war eine wirklich sehr, sehr nice Zeit.